Tot gesagt, wir leben länger. Und nein, ich bin nicht aus der Welt. Den Spruch bringe ich die letzten drei Videos immer wieder. Ja, hat jetzt auch eine Weile gedauert, da ist er aber wieder. Guten Tag. Mein Name ist Miki, ihr habt wahrscheinlich schon vergessen, wer ich bin und was ich tue. Ich ramble hier auf YouTube ein bisschen zum Thema Stricken, mittlerweile auch ein bisschen zum Thema Nähen und was mich sonst so umtreibt, wo ich mich rumtreibe, mit wem ich mich rumtreibe und was da so passiert. Gut, es ist eine ganze Weile her, dass ich ein Video gemacht habe. Werde ich vielleicht, wenn ich noch Lust habe und noch Stimme habe, am Ende des Videos noch ein bisschen was dazu erzählen, was da so los war. Ja, jetzt aber fangen wir erstmal an und es fühlt sich halt auch so ein bisschen an wie beim ersten Mal. Und irgendwie bin ich mir noch nicht so ganz eins mit meinem Setup und mit mir selber und mit meinem Mikro und mit der Kamera. Soll ich euch mal ein Stück ranholen? Es sieht so ein bisschen weit weg aus. Ne, halt ran haben wir gesagt. Ran haben wir gesagt, da sind wir wieder. So. Na, wie ist euch? Was gibt's Neues, liebe Leute? Ähm, wann war ich denn das letzte Mal da? Das war im November, Dezember irgendwie. Genau, weil ich hatte ein Video gedreht, dann hatte ich irgendwie ein Thema mit dem Schnitt, dann mit dem Hochladen und dann war irgendwie ganz viel. Ich weiß nicht, ob ich chronologisch doch zusammenbekomme, wo ich war, mit wem ich war, aber da müssen wir jetzt zusammen durch. Und weil wir ja jetzt hoffentlich wieder öfter drehen, ähm, wird das dann auch wieder etwas besser. Und das wird sich aber im Laufe der Zeit rausstellen. So, wo war ich gewesen? Hoch? Ich hatte im letzten Video ja erzählt, dass ich mit der Familie geklapper, also sprich, der Marco strickt mir was, der Steffi von Nadelgeklapper und mehr und dem Thorsten von Just Do It, eine Klassenfahrtunternehmer. Und das habe ich auch getan und das war sehr lustig. Wir waren im Center Park im Bostalsee, heißt das, glaube ich. Ich werde es in diesem Leben auch nicht mehr lernen. Tut aber auch nichts zur Sache. Wir waren dort am ersten Adventswochenende und ich hatte so viel Spaß mit den Klappis. Es war echt großartig. Von der Anreise bis hin zu über... Ihr könnt euch vorstellen, sobald Herr Strickmann was und ich sowieso auf einem Haufen sind, ist egal, aber war echt total nett. Und ich hatte mich morgens mit dem Thorsten getroffen, war in Trier ein bisschen unterwegs, haben super nett gefrühstückt, haben noch ein bisschen obligatorisch Weihnachtsmarkt geguckt, haben noch das ein oder andere eingekauft, weil Gott sei Dank hatten wir ja tagelang vorher nicht darüber gesprochen gehabt, Kinder, es vergesst nichts, packt alles ein. Ja, es war ungefähr so, dass jeder das vergessen hat, worauf er die anderen hingewiesen hat. Das war sehr, sehr schön. Ja, und dann sind wir da einfach gesessen. Ich war die Lagerfeuerbeauftragte. Ich habe also den anderen drei in den Schweiß ins Gesicht getrieben und habe da fröhlich vor mich hin gefeuert und ich finde Kamine toll. Ich hatte mir kurzfristig überlegt, ob ich mir hier nicht ein Loch in die Wand ramme und einfach mal anfangen, was anzuzünden. Ich glaube, das finden die Nachbarn aber nicht so gut, deswegen lasse ich das. Ja, wir saßen zusammen, haben nett gestrickt, haben gekocht, hatten Spaß und hatten einfach nur viel Freude. Es war sehr schön. Danach war eigentlich nicht so viel los bei mir. Dann noch so der Endjahrestress im Geschäft und noch hier auf dem letzten Drücker tausend Dinge tun. Über Weihnachten und Neujahr bin ich dann etwas krank im Bett gelegen. Irgendwie sollte es auch anders sein, sehr arbeitgeberfreundlich, aber was tut man nicht alles. Was war dann? Dann waren wir... Ja, aber ich konnte euch mal zeigen, was ich auch in der Zeit gestrickt habe, gell? Ihr merkt, es ist ein... Es ist wie beim ersten Mal. Nein, gut. Meine Nase läuft ein bisschen, ich huste ein bisschen. Ich hoffe, das funktioniert ja alles ein bisschen, weil ich bin ja auch vorletzte Woche mal wieder am Bett gelegen krank. Irgendwie habe ich es gerade mit krank sein. So, Schluck Kaffee und dann zeige ich euch, was ich im Centerpack angeschlagen habe und mittlerweile fertig habe. Sekunde. Es ist eine Katastrophe mit mir und es wird in diesem Leben einfach nicht besser. Aber was willst du machen? So. Ich habe... Kaffeetasse jetzt dicht. Umstürzen. Wo sind wir? Da ist die richtige Seite. Ich hatte ja das Tuch Nummer 2 von der Rosa P. angeschlagen. Und wir hatten da ja auch einen Mini-Nüttelong, der wirklich sehr mini war. Ich weiß nicht, irgendwie habt ihr keinen Bock auf den Nüttelong mit mir. Aber ja. Ist so, dafür hatte ich ganz, ganz viel Spaß mit denen, die mitgemacht haben. Und zwar, meine ist... Mein Tuch ist mittlerweile fertig. Gespannt habe ich es noch nicht. Das werde ich nachher tun. Aber ich habe gedacht, das trocknet jetzt eh nicht mehr. Und deswegen müsst ihr das jetzt ungespannt. Es ist ein bisschen groß. Es ist ein bisschen sehr groß. Also schon ungespannt ist das ein sehr, sehr kuscheliges Tuch. Hier oben, seht ihr das? Doch, jetzt seht ihr das. Hier oben, raus rechts mit Lochmuster. Und dann kommt hier unten diese quasi Fake-Zopf-Lace-Blende. Ja, das ist jetzt ein bisschen Kokolores mit dem vielen Licht und Co. Das ist ein bisschen arg hell hier. Aber ich habe das Thema, dass die Sonne kommt, geht, kommt, geht. Können wir uns einig werden, was wir da draußen wollen? Weil dann mache ich die anderen Party-Lampen hier aus. Egal. Wird gespannt. Poste ich dann auf Ravelry, Instagram, alle üblichen Kanäle. Und dann könnt ihr euch das da angucken. Gestrickt habe ich es aus der Merino Jack von Schachenmeyer. Das ist die Krönchenwolle. Habe ich jetzt gerade keine da rumgefahren zum zeigen. In so einem schönen Petrol. Fand ich sehr, sehr cool. Hat mir total viel Spaß gemacht. Hat sich ein bisschen gezogen, weil ich halt noch einiges anderes terminlich auf den Nadeln hatte, was fertig werden musste. Aber es ist ja hier auch kein Strickwettbewerb, gell? Lieber spät als wie nie. Also, auf jeden Fall ist das mein großes Kuscheltuch. Und das ist super flauschig und weich. Also war ganz viel auch immer fragen, wie sich das verhält. Mit dieser Wolle, ob die weich ist. Und ist ja eigentlich Socken, Garn und Co. Also die Merino Jack und die Silk sind super weich da. Mir sind die fast schon zu weich für Socken. Also, ja. So, aber kann man gut mal machen. Das Kind hier wird gespannt und dann wird es gezeigt und dann wird es wahrscheinlich totgeliebt und getragen. So, das habe ich dort gestrickt. Ich sehe aber gerade was, was ich gekauft habe, als ich mit dem Thorsten in Trio unterwegs war und wir waren da in einem super netten Lädchen mit zwei älteren Damen, die da gearbeitet haben und haben noch was Bestimmtes gesucht, weil der Marco, glaube ich, ein 275er Nadelspiel noch gebraucht haben hatte. Irgendwas war. Und zwar auf jeden Fall waren die total süß und, glaube ich, auch so ein bisschen leicht überfordert von uns und unserer Fragestellung. Und was ist denn ein Ausflug mit Strickern, wenn man keine Wolle kauft? Aber ich warne euch vor, es ist sehr gemäßigt. Mehr war es nicht. Das ist von Langjarns eine Jawoll Twin, schimpft die sich. Ganz klassische Sockengarn, 420 Meter auf 100 Gramm, klassische Zusammensetzung, glaube ich, gucke ich mal eben. Ja, 75, 25, also nichts Wildes. Was ich aber ganz witzig fand und ich zeige euch das mal auf der Banderole. So, ihr seht, dass das ein Farbverlauf ist und angeblich identischer Farbverlauf auf jedem Knäuel. Ich werde das testen. Ich werde da irgendwann mal ein Pärchen Socken wegklüppeln, dann werde ich mal gucken, ob dem so ist. Und wie sollte es anders sein? Es ist grün. Also das ist etwas, was hat sich in der ganzen Zeit nicht verändert. Mein Hang und meine Liebe zum Grün kennt ihr, wisst ihr. Ja, das war mein ganzer Einkauf. Also entweder werde ich alt oder ich bin übersättigt. Man weiß es auch nicht. So, aber gucken wir uns an. Es ist heller, dunkler so ein bisschen der Verlauf. Schauen wir mal ganz. So, was habe ich noch gemacht? Dann, genau, dann waren wir im Busthalsee, sind da rumgeturnt. Dann waren wir wieder daheim. Dann haben wir wieder... Was haben wir dann gemacht? Äh. Was? Ja. Ihr seht, ich muss selber mal schwer drüber nachdenken. Eigentlich ist die Reihenfolge für euch auch total irrelevant, oder? Ich meine, ich kann jetzt hier sitzen, ständig MM machen oder ich kann jetzt einfach mal herzeigen. Und gut ist, wie es halt so hier auf meinem Sammelsurium liegt. Wollen wir erst gestricktes oder genähtes zwischen? Komm, wir machen erst mal den Strick. So, dann hat die Mutti in der Zwischenzeit, ihr habt ja mitbekommen, dass ich im Stammteam von der lieben Rieke, von der Rosa P, im Strickteam bin. Und da gab es ja auch so ein bisschen einiges Neues, so die letzte Zeit. Ich weiß gerade nur nicht, was jetzt zuerst kommt. Ich glaube, die Stulpen. Und zwar haben wir Stulpen gestrickt. Warte mal, ich ziehe mal eben an. Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Seht ihr mal, worum es hier eigentlich geht? So, mal die Jacke. Toll, die Nachbarn denken, jetzt rastet sie aus. Baut sich hier 17 Lampen auf und zieht sich in der Wohnung Handschuhe an. Toll. Das sind sie. Die waren super flott gestrickt. Aber heute auch keine Zopfnadel, kein gar nichts. Seht ihr das? Na, die war alles. Kleiner. Jetzt. So, warum schreie ich eigentlich so? Das ist dann ganz klassisch mit einem Daumenkalt. Hier vorne mit ein bisschen Müsterchen, hinten glatt rechts und so. Habt ihr, glaube ich, aber alle auch schon zu Genüge gesehen. Turnt auch schon durchs Netz. Ich habe mein Exemplar gestrickt aus Krönchenwolle, klar. Aus der Silk in der Farbe Salbei. Und die gefällt mir sehr gut. So, und dann habe ich mir da das Pärchen draus geklöppelt. Hier, da gibt es auch noch einen zweiten zu. Beweise, Beweise. Das ist ja nicht so, ne? So. Haben wir also zwei. Kannst auch so ein bisschen shoppen. Ich habe die jetzt so in der Übergangszeit ganz gerne angehabt, weil ich mag keine Handschuhe. All dieweil. Smartphone. Dann kann ich nicht tippeln und nichts machen. Deswegen finde ich das ganz gut. Die halten auch schön warm. Die waren flott gestrickt. Ja. Und ich habe sogar das zwei auf einmal auf zwei Runddordeln. Wie ich halt immer alle stricke. Gep. So, das gab es. Dann. Ich hatte euch was in Grau gezeigt. So ein Sockenbrett wäre jetzt auch was Schönes gewesen. Naja. Ich hatte euch mal Socken in Grau gezeigt auf Instagram. Und das war so der erste Testlauf. Und dann haben wir die nochmal gestrickt. Quasi im großen Test. Für alle Mann zusammen. Und tadaa. Ich habe noch ein paar. Und zwar. Ja, ich sag ja. Sockenbrett wäre schon. Da mal. Rechts rum. Links rum. Wie rum jetzt? Das sind die Cable Stitch Socks. Ich weiß nicht. Wie ihr seht. Boom. Fokus. Jetzt. Das sind die Cable Stitch Socks. Die habe ich auch auf Instagram und auf Ravelry eingepflegt. Die kamen glaube ich danach. Da ist der zweite. Kriegt ihr aus einem Knäuel von der Silk raus übrigens. Pärchen Socken. Größe 40. Und Handstolpen. Mhm. Finde ich gut. Und deswegen habe ich die halt auch in Salbei. Ich hätte die aber trotzdem auch in Salbei gemacht. Machen wir uns nichts vor. Ja. So. Die beiden waren es. Ich verlinke euch die auch unten in der Infobox. Meine Ravelry Projekte. Dann könnt ihr da mal gucken. Und ich kann euch auch mal prinzipiell den Shop von Rieke verlinken. Und dann könnt ihr da mal ein bisschen gucken. Weil wie gesagt. Das Licht und ich. Wir werden heute keine Freunde. Wenn ich jetzt aber hier noch anfange Setup umzubauen. Kinder ist. Dann kriegen wir in diesem Leben gar kein Video mehr. Und das wollen wir nicht. Glaube ich. So. Die zwei Sachen wurden fertig. Dann habe ich. Dann habe ich. Ja. Das habe ich noch. Hier. Ich habe noch was. Oh ja. Guck. Oh Gott. Da geht es ja weiter. Hey. Hey. Und dann durfte ich für die lieb reizende Frau Feierabend. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ob ich euch den schon gezeigt habe. Ich glaube nein. Nee. Den habe ich ja noch nicht live gezeigt. Ich durfte auch für die Frau Feierabend wieder was teststricken. Und zwar den Löckchen-Loop. So heißt der. So ist der. Einmal ringsherum. Ist aus verschiedenen Garnen. Und zwar ist das. Also das Hauptgarn hier. Ist die Tweed Metallic Metal. Man weiß es nicht. Von Gediefra. Die hatte ich mir seinerzeit beim Blogger-Treffen. Sag mal. Was rupt denn das Telefon jetzt alles da hinten? Hatte ich mir seinerzeit bei Schachenmeyer beim Blogger-Treffen im Schwarzwald mitgenommen. Das Knäuel. Weil ich das halt total schön fand. Oh. Das ist ein bisschen arg hell. Seht ihr, dass das glitzert? Seht ihr nicht, oder? Ja. Das hat auch hier so die typischen Tweed-Einschlüsse. Ungefähr hier. Da seht ihr was. So ein bisschen tweedig. So. Und dann hier diese I-Cord-Würste, die ihr da seht. Die habe ich gestrickt aus der Lindau 2. Von der Christiane Burkhardt. Listen wie nits. So ist das. Und das waren nämlich die Reste von meinem Soundbreaker-Schall. Und ich finde dieses Garn so schön. Und ich wollte diese Reste unbedingt verarbeiten und nicht einfach nur rumfahren haben. Und irgendwie hat mir das gut gefallen. So ein bisschen. Mit bisschen Farbe, bisschen nicht. Den fand ich sehr, sehr nett. Und ich habe den jetzt rauf und runter getragen. Wie eine Irre die letzten Wochen. Weil der mir total gut gefällt. Weil der nämlich super leicht ist. Und aber einfach durch diese Struktur und durch alles so schön warm hält. Ohne, dass es sich irgendwie erstickt. Und du musst nicht zubbeln. Und nichts. Das finde ich hatte Schöne an dem Loop. Schmeiße dir Arme über den Kopf. Passt an, rutscht nix, bleibt wo es ist. Und wie es auch soll. Und Feierabend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mich sehr gefreut, dass die liebe Steffi mir mal wieder ihr Vertrauen geschenkt hat. Und ich hoffe, ich darf dann nochmal ran. Findet ihr bei mir dann nachher auch in der Infobox. Verlinke ich euch. Könnt ihr bei der Steffi im Revery-Shop kaufen. So. Das habe ich gemacht. Ich habe auch zwei Mützen gestrickt für die Frickler. Zwischendrin. Ich kann euch die verlinken. Ich kann euch die nicht mehr live zeigen. Weil die eine hat die Mutti. Die Steffi. Die stand ja so gut. Dass ich ihr die einfach mitgegeben habe. Weil das auch total ihre Farben waren. Das hat super gepasst. Das haben wir alles gemacht. Und die zweite ist. Ich glaube in der Wäsche gerade. Ich habe die gerade eben überall hier in der Butz gesucht. Aber nicht gefunden. Kann ich euch aber auch verlinken. Eine ist von der Jane. Eine ist von der Steffi. Und auch die beiden Mützchen haben total viel Spaß gemacht. Und ich finde es Wahnsinn, wo die zwei immer diesen Elan hernehmen. Auch noch Zeug zu designen. Also ich komme ja momentan irgendwie mal zu gar nichts. Und die zwei ramblen überall und nur toll. So. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Verlinke ich euch auch alles. Dann. Was war noch? Das und das und das habe ich. Und dann habe ich noch eine Mütze testgestrickt. Eigentlich ziehe ich gar keine Mützen an. Ich weiß nicht, warum ich ständig auf Mützen rumhämmer, wenn ich die gar nicht anziehe. Und zwar. Tada. Das ist die. Oh, fragt mich bitte nicht, wie die jetzt heißt. Ich habe es vergessen. Das ist glaube ich. Heißt die Zopfenmütze? Ich glaube, sie heißt Zopfenmütze. Ist auch von der Rieke. Farbe, aha, aha, Überraschung. Grün. Und habe ich gestrickt aus der Alpaca Classico von Schachenmayer. Auch zu diesem Thema Schachenmayer werde ich nachher noch ein bisschen was erzählen, weil ihr hört das gerade relativ oft. Erzähle ich nachher was dazu. So, auf jeden Fall, das ist ein super schönes Garn. Das ist mit Nadelstärke 5, 6 irgendwie. 5. Die Mütze ist in 3, 4 Stunden fertig. Komm, ich mache mich mal zum Cashball und ziehe die mal auf. Also die passt eigentlich auch ganz gut. Ich finde die eigentlich auch ganz niedlich. So, die macht auch schön warm. Die gibt auch schön auf die Öhrchen. Sieht gut aus. Bommel habe ich selbstverständlich. Toll, jetzt sind die Haare kaputt. Naja. Bommel habe ich noch nicht dran montiert. Kommt noch, je nachdem an wen ich sie verschenke, ob der die mit oder ohne Bommel. Kein Echtfell. Wir beruhigen uns dran, Tacker. Muss ich da mal gucken. Aber hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ein schönes Mützchen. Komm, verlinke ich euch auch. So. Was habe ich noch gemacht? So. Komm, erst mal die fertigen Sachen, weil ich habe das hier alles auch so halb auf dem Schoß liegen, bevor ich hier Kollabier anhitze, Kinders. Das möchte niemand. Genäht habe ich auch zwischendrin. Das wollte ich euch letztes Mal zeigen. Lange hat die Zeit aber nicht mehr gereicht. Ja. Und zwar, das ist auch schon eine ganze Weile her, schimpft sich Rock Nummer 1. Wisst ihr, von lauter 1, 2 Rock, Bütze, ich komme langsam nicht mehr mit. Was aber auch völlig irrelevant ist. Ich verlinke euch das Ding und dann könnt ihr euch das angucken und dann ist eh wurscht, wie es heißt. So. Und zwar habe ich, ich habe diese Röcke gesehen und fand die spontan mal total cool, weil ich habe bei Röcken immer das Thema, mir sind die meistens zu kurz. Also so gekaufte Röcke sind für mich ganz schwierig mit 1,80 Meter, weil, ja, meistens etwas sehr zu kurz und das gefällt mir da nicht so gut und ich habe schon gerne was an, wenn ich auf die Straße gehe. Also, ergo habe ich mir die Dinger mal selber genäht. Es war ein bisschen Größenwahn mit im Spiel, war aber trotzdem gut zu machen und ich erkläre euch auch warum. So, das ist die erste Version, die ich gemacht habe. Er hat hier oben so einen Sattel und dann hat er hier unten so schöne Falten. Sieht man das? Näh, auch nicht recht, gell? Doch, dann hat er hier so, so Kellerfalten, als das Kellerfalten. Hallo, weiß jemand, wie es heißt? Ich glaube, Kellerfalten. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt es, Freunde. Einen nahtverdeckten Reißverschluss. Ich habe, ey, das hat mich Nerven gekostet. Bis ich mal auf die Idee kam, und ich sage euch aber auch, warum mich das Nerven gekostet, ich zeige euch das Ding mal von innen. Diesen nahtverdeckten Reißverschluss einzunehmen, ist überhaupt kein Thema. Wenn man ein wenig YouTube bemüht, an einfach mal das Thema nahtverdeckter Reißverschluss eingibt, gibt es da super coole Videos. Unter anderem von, äh, einfach Anna heißt sie. Die hat ein super cooles Video dazu. In dem E-Book von dem Rock ist das mit drin. Da ist das alles erklärt. Ich habe gerne YouTube-Videos. Ich gucke mir einfach gerne an, wie Menschen das tun, weil ich habe keine Ahnung, wo rechts, links ist, wo oben, unten ist. Deswegen nehme ich das vor, ich nähe es hinterher. Hat super geklappt, verlinke ich euch unten. Kann man auch für ganz viele andere Kokolores verwenden. Weil das Prinzip ist ja immer das gleiche, wie man dieses Ding da einbaut. War auch total cool. Was mich wahnsinnig gemacht hat, zeige ich euch gleich. Sekunde. Ich muss immer mal so ein bisschen auf die Uhr schielen, ihr wisst ja. Und zwar hat das Fräulein-Wunder gemeint, größenwahnsinnig wie es ist, es näht sich Futterstoff innen rein. Ey, wisst ihr, was das für eine Rutschparty ist? Wenn man damit umgehen kann und wenn man weiß, wie das funktioniert und Co., ist das bestimmt eine super coole Nummer. Wenn du halt Nähanfänger bist und ihr schon keine Ahnung hast von dem, was du tust und dann nimmst du dir so gefühlt das rutschigste Material, was man sich auf Gottes weiter Erde aussuchen kann, auch noch mit zur Hand, dann bist du halt auch selber schuld. So, hat aber alles geklappt. Der hält, setzt, wackelt. Der ist schon ein bisschen totgeliebt und totgetragen. Ich habe den echt super oft an. Ich renne damit super gerne im Geschäft rum. Ich renne damit auch super gerne in der Freizeit rum. Ich habe hier so einen breiten Kord genommen, der aber trotzdem ganz weich ist. Also ihr seht, der ist jetzt auch nicht steif oder so. Ich habe den in so ein bisschen knielang gemacht. Fand ich eine schöne Länge. Und das ist halt das Coole. Du kannst ja das Zeug so hinschneiden, wie du möchtest. So, dann habe ich gedacht, haja, komm, nähst du dir noch einen, weil den kann man ja auch aufs Jersey nähen. Weil der ist nämlich für was anderes konzipiert. Ich habe das Wort vergessen. Oh, egal. Kann man das einfach aus allem nähen. Wenn es ein Stopp ist, der sich dehnt, brauchst du keinen Reißverschluss. Wenn es ein Stoff ist, der sich dehnt, nee, wenn es ein dehmbarer Stoff ist, brauchst du keinen. Das ist der einzige Unterschied. Hurra. Der Aufbau ist komplett der gleiche. Also, dann habe ich mir... Doch, dafür ist das Licht wieder gut. Ich habe mir aus diesem dunklen Camouflage noch eine gleiche Variante genäht, die ich auch ein bisschen hart feiere, die ich auch total gerne anhabe, die mir super viel Spaß gemacht hat. Oh Gott, ich finde den Stoff so cool. Ihr wisst ja, ich bin ein altes Camouflage-Mädchen. Camouflage, dann hast du mich halt auch, gell? Also, so einfach ist der Lack. Hat sich super cool nähen lassen. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe auch schon Stoff liegen für noch weitere. Ich komme gerade einfach nicht dazu. Weil ich finde, nähen braucht immer so ein bisschen Zeit. Und ich habe noch was anderes vor. Oder ich werde noch zwei, drei, vier andere Dinge nähen, die jetzt erst mal Prio haben und danach wieder Röcke. Und ich möchte, da gibt es auch noch ein T-Shirt dazu. Das sieht cool aus mit so einem tropfenförmigen Ausstieg. Was ist eigentlich mit diesem Kameraausstieg? Das macht mich jetzt ein bisschen wahnsinnig. Leute, ihr seid so weit weg gefühlt. Ja, da gibt es noch ein super cooles T-Shirt. Sag mal. Hilfe! Kann mir mal jemand meine Kamera vernünftig einstellen? Es bleibt jetzt so. Ihr strickt eh nebenher und guckt nicht hin. Dann passt das schon, hoffe ich. Wo war ich? Ja, genau. Es gibt dieses T-Shirt dazu. Das gefällt mir auch unwahrscheinlich gut. Wenn ich mir auch irgendwann nochmal auf den Leib nähe. Weil bei T-Shirts und solchen Geschichten ist genau das gleiche Problem. Vor allem bei langen Arm-Shirts. Die gehören ja immer so. Und bei der Frau Miki sind die ungefähr immer so. Weil die Frau Miki einfach zu groß ist von der Stange. Und deswegen nähe ich mir die selber. Wenn ich denn mal dazu komme, ich soll mal gucken, dass das Mikro nicht absumpft. Ja. Und dann gibt es noch etwas, was ich fertiggestellt habe. Und dann haben wir es auch mit fertigen Sachen. Dann zeige ich noch ein bisschen anderen Cleverkram. Heute ist Samstag. Ja. Und heute ist diese Jacke live gegangen. Und ich finde die total schön. Und zu der erzähle ich euch gleich was. Und dann zeige ich euch die Jacke. Und zwar haben der Herr Strick, mir was und ich noch mal einen Ausflug gehabt im Januar. Das war ein bisschen sehr witzig. Und diese Story wird nicht mehr auf diesen Videoabschnitt passen. Doch, ich muss ihn schnell erzählen, dann passt er noch. Und zwar haben wir beschlossen, wir gehen mal die Frau Podolina und die Frau Viola besuchen. In Stuttgart hat es gefühlt den ganzen Winter nicht geschneit bis zu diesem einen ominösen Tag, an dem wir los wollten. Wir hatten hier das absolute Schneechaos. Es war Schneechaos in Bayern, es war überall alles. Und am Abend davor ist mir auch noch mein Auto verreckt. Da kommt Freude auf. Wir haben das dann also mit ein bisschen Tränen und Wänden und ganz viel wunderbarem Support seitens eines Kfz-Fachverständigen behoben bekommen. Und der Marco ist dann freitags hier angereist. Ich habe den am Bahnhof aufgesammelt, am Zug. Das war auch süß, wir haben uns ja erstmal verloren und verlaufen. Das können auch nur wir zwei. So, und wir sind dann abends los. Draußen so ein Schnee auf der Straße. Und der Marco und ich. Ja, wir sind dann mal los. Wir sind stellenweise auch so mit 30, 40 über die Autobahn geschaukelt. Das war auch total nett. Also es war wirklich der Ritt des Todes. Und ja. Aber wir kamen dann irgendwann an. War auch super. Wir waren super schön untergebracht bei der lieben Viola. Danke an der Stelle da dafür nochmal. Also wir sind echt verhätschelt worden. Egal ob mit Wahnsinnsfrühstück, mit lecker Etagieren, mit lecker Zeug, was da rumstand. Also wirklich mit tollem Schild. Ihr habt es auf Instagram teilweise auch schon gesehen bei uns. Marco hat auch schon ein bisschen was erzählt. Wir hatten total viel Spaß. Wir hatten zwischendrin uns auch einfach mal ausgeklingt, Viola und ich. Weil ihr wisst, Viola ist meine Haus- und Hof-Fotografin, der ich vertraue in der Hinsicht. Mit der ich am liebsten meine Bilder mache. Und da haben wir dann einmal den Packos geshootet. Diesen blauen Pulli von der Franziska Matz, den ich beim letzten Mal gezeigt habe. Die Bilder sind schon online. Das war auch total cool mit dieser Graffiti-Wand und so. Es war halt ein bisschen asig kalt. Also die Bilder sind dieses Mal nicht ganz so, wie wir die gerne haben. Weil ich gefroren habe und dann unentspannt bin. So. Und wir haben morgens noch zu dieser Rundpass Bilder gemacht. Was süß war, weil ihr kennt mich. Ich muss immer überall rumturnen, mich runterhängen lassen, rückwärts wegstürzen und Co. Ich hatte gefühlt 17 Mal Schnee im Rücken. Aber egal, es hat trotzdem Spaß gemacht. Mein Gesichtsausdruck sieht die ganze Zeit auf den Bildern leider etwas verkniffen aus, weil auch an der Stelle mir war einfach asig kalt. Die Leute dachten, wir sind nicht ganz normal. Die ganze Welt hatte irgendwie dicke Winterjacken, Schals, Mützen, Handschuhe, Snowboots an. Und genau eine Irre springt in der Jeans und eine Rundpassung. Ohne Jacke. Ohne Schal. Weil sonst siehst du die Jacke nicht. Toll. So, die Jacke ist heute online gegangen. Und es wird nichts. Wenn ich immer auf die Uhr gucken muss und gucken muss, da brauchen wir jetzt einen Break an. Sekunde mal. Sekunde rum und ihr habt nichts bemerkt. Sehr schön. Ja, die Rundpasse. Warte mal, ich komme mal einen Ticken hoch. Ich habe sie heute auf Instagram durch und durch rumgezogen. Ich finde die total witzig. So, Moment. Ich muss nur gucken, dass sich das Mikro nicht verstubbelt. Rundpasse mit so einem süßen kleinen Muster drin, was halt total viel Spaß macht beim Stricken. So, und die Mutti hat sich hier dann... Komm, ich komme mal einen Ticken näher. Ich habe mir dann hier so kleine Trachtenknöpfe rangemacht. Und dann war für mich eigentlich klar, dass das für mich so mein... Ja, so ein bisschen auch das Thema wird fürs Frühjahr. Und ich trage halt auch so ganz gerne mal einen Janker oder mal einen Charivari in meiner Hose oder sonstige Dinge. Also die Bilder, die es von dieser Jacke auf Reverie und Instagram gibt. Ich ziehe das tatsächlich so an. Das ist nicht nur für Bilder so gestellt. Ich renne auch wirklich so rum. Ja, die Knöpfe habe ich im Wollcafé gekauft. Die habe ich halt gesehen und die waren erstmal Liebe. So, und das hat total viel Spaß gemacht. Und das war halt auch ein bisschen lustig. Wir sind da irgendwo auf dem Parkplatz gestanden und haben so mit Schneebellen auch noch geworfen. Cool, ich dachte, die Leute... Also ich... Ich hatte den Eindruck, irgendwann hält einer an und fragt uns, ob wir vielleicht auch mal einen Arzt brauchen. Ob wir uns nicht ganz wohl ist, bei gefühlt minus x Grad. Aber egal, wir hatten Spaß. Und darum geht's. Ja, wie gesagt, ist seit heute live. Strick-Kids gibt's im Shop, wie gewohnt. Zur Wolle. Das ist die... Was ist hier los? Hier. Jetzt zeige ich euch die mal. Chok, chok. Zoom mal. Gerne. Ich glaube, ihr seht das nachher richtig rum, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das ist die Merino Extra Fein 120. Da laufen 50 Gramm 120 Meter. Das Ganze ist hier angegeben mit Nadelstärke 3 bis 4. Ich habe die Jacke gestrickt mit 4,5. Und ich finde, es gibt immer noch ein schönes Maschenbild und ist ganz fluffig und ganz leicht. In meiner Jacke sind gelandet 350 Gramm. Das ist echt nicht viel. Ja, und die Wolle hat sich super stricken lassen. Das Coole an der Geschichte ist, die ist filzfrei. Das heißt, du kannst sie auch bei 40 Grad in die Maschine packen. Passiert nichts. Weil ich bin da ja immer so ein bisschen empfindlich. Also ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, bei Wolle die in die Maschine zu schmeißen. In dem Fall war es tatsächlich so, ich habe auch hier nicht zuerst meine ganze Jacke in die Maschine geschmissen. Sondern ich hatte noch ausreichend Knolle übrig, weil ich einfach zu viel bestellt habe. Das war mein Fehler. Und dann habe ich eine ganz große Maschenprobe gestrickt. Einfach nur graus rechts runter gekloppt. Völlig wurscht. Und dann habe ich diese Maschenprobe in die Waschmaschine gewaschen, äh, geschmissen. Und habe die erstmal durchdrehen lassen. So nach dem Motto. Und wenn die hält, hält nachher auch die ganze Jacke. Und gesagt, getan. Es hat dann auch wirklich funktioniert. Eigentlich ist es so, wenn draufsteht, du kannst es in die Waschmaschine schmeißen, kannst du es auch. Das ist einfach nur mein, ja, ich bin, nö, ich möchte nicht, dass ich nachher verfilze, weil ich irgendwas falsch mache. Ich bin da so ein bisschen monkig. Aber wie gesagt, hält super durch in der Waschmaschine, kann man super machen. Ich habe noch so zwei, drei Knollen hier rumfahren. Da mache ich mir vielleicht noch, jetzt wollte ich gerade sagen, noch eine Mütze draus. Ne, eher nicht. Ähm, da mache ich mir vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, noch kleine Stülpen oder so dazu. Die kann ich dann in meinen Drachenboots anziehen. Ja. Ach so, an der Stelle sei gesagt, äh, das hier ist ein PR-Sample. Das habe ich gestellt bekommen. Kosten- und bedingungslos. Und das ist ganz wichtig. Aber wie gesagt, zu dem Thema sage ich nachher was. Ähm, mir hat das total Spaß gemacht. Die Wolle hier gibt es in unendlich vielen Farben. Also ich weiß, dass die Mädels im Strickteam, da war dabei ein superschönes, rot, es war dabei ein superschönes Rostbraun. Das hat mir auch total gut gefallen. Das würde auch zu der Haarfarbe passen. Ähm, was hatten wir noch dabei? Oh, wir hatten diverse, von Blau ist dabei. Das fände ich auch total gut. Also ich finde die Farben auch einfach schön, so von bis nach alles dabei. Toll. Kann ich nur empfehlen. Und hier so für Kinderjäckchen und so ist die, glaube ich, auch ganz gut. So, und halt total leicht und weich. Gefällt mir gut. So, dann darf die auch weg. Fump. Gasfreunde, sonst werden wir nie fertig. So, was haben wir noch? Dann habe ich noch ein bisschen was einge... Ne, warte, ich war noch alt. Ich bin noch gar nicht fertig bei Frau Bodoline. Oder? Ne, bin ich nicht. Und zwar, ähm, während Viola und ich Bilder machen waren, haben der Marco und die Astrid genäht. Und der Marco hatte eine ganz, ganz coole Idee. Und das ist was ganz Feines und Besonderes. Und, ähm, wir haben alle eine bekommen. Also die zwei, während Viola und ich draußen Spaß hatten beim Fotografieren und Schi erfroren werden. An der Stelle, nein, wir waren nicht nur draußen und hatten Spaß. Wir haben auch gefroren. Ähm, haben die zwei super schön genäht. Und ihr kennt auch dieses Bild schon. Das gibt es von uns allen. Und zwar mit dieser entgeilen Pride-Tasche. Ähm, ihr wisst, dass mir das immer ein ganz, ganz großes Anliegen ist. Ähm, das Thema LGBT und überhaupt dann sowieso. Ähm, ich bin total stolz, dass ich eine habe. Ja, ich finde es super cool, dass Astrid den Scherz mitgemacht hat. Die Aufteilung ist, na, ich habe meine Einkäufe da eingeräumt. Die Aufteilung ist, äh, stellen wir, warte mal, hier sind mal drei Fächer. Dann sind da mal zwei Fächer, ne, auch mal für dickere Sachen, Häkelnadeln und Co. Das ist, ähm, eine Sondergeschichte. Die anderen Taschen, die es bei der Astrid gibt, sind innen anders aufgebaut. Ähm, da gibt es die Klassiker. Wollt ihr bei ihrem Shop mal gucken, was es da für Sachen gibt. Diese Aufteilung ist einfach nur für die Pride-Tasche. So, äh, wer weiß nicht, wofür der Regenbogen steht. Der Regenbogen steht für LGBT, also für gleichgeschlechtlich Liebende, für Transgender, für Bisexuelle, also wirklich für alles, was es so gibt. Ähm, ja, und ich finde es total gut und ich supporte das. Und die gab es jetzt mal im Shop. Ich weiß nicht, ob es die gerade im Shop noch gibt. Ansonsten, die wird es in Edinburgh geben. Die Astrid fährt nämlich mit dem Marco und der Viola nach Edinburgh, ähm, wo ich leider nicht hin kann, äh, weil ich, äh, Schwierigkeiten hab mit dem Visum. Und, ähm, ja, die fahren da hin und werden da auch diese Taschen verkaufen. Also, wenn ihr die Gelegenheit habt, da mal so eine abzugreifen, dann geht hin, lang zu. Die macht nämlich total viel Laune. Und, ja, ich finde die toll. Und, ähm, muss man ja auch ein bisschen füllen, gell? Mich darfst du ja auch auf nichts loslassen. Ich hab dann bei der Astrid, als wir im Atelier waren und die beiden da genäht haben, hab ich mal so ein bisschen durch die Boxen geguckt und bin da einfach mal einkaufen gegangen. Ähm, hab ich übrigens selber bezahlt, gell? Nett, dass hier irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Ich hätte mir hier Sachen aus den Regalen genommen. Nein, nein, Freunde. Ähm, einfach noch so ein bisschen Chaogo-Seile. In ganz, ganz dünn, das ist hier für meine Minis, die ich auch sehr gerne hab, hier zum Socken stricken und feine Feinigkeiten. Äh, noch mehr Seil. Dann zwischendrin auch einfach mal noch ein paar fixe Rundnadeln, so meine Lieblingsstärken. 2, 7, 5, 3, 2, 5, 3, 5. Das ist so, was ich gerade ziemlich oft brauche und deswegen einfach nochmal nachgelegt hab. Hier nochmal ein Seil. Ähm, Seilverbinder. Das finde ich nämlich auch mal ganz witzig, weil ich stricke. Das zeige ich euch gleich, bei dem, was ich auf den Nadel habe, gerne auf kurzen Seilen. Wenn ich in der Runde stricke, dass ich nicht so viel zerren muss. Und wenn ich so einen Pulli dann zwischendrin aber anprobieren will, habe ich keinen Bock da immer die Nadel zu wechseln oder irgendwas, sondern ich nehme einen Seilverbinder, schraube mir einfach ein deutlich längeres Seil unten dran, zieh's rein, probier an, schraub das wieder raus. Funktioniert für mich am besten und am schnellsten. Ähm, und deswegen nochmal Seilverbinder. Ah ja, dann nochmal Spitzen, in kurz, in dreieinhalb, für kleine Runden. Ja, also ich hab ein bisschen eingekauft, gell? Ja, aber Handwerkszeug braucht der Mensch. So, und ich mag die Tasche sehr gerne. Die ist ein bisschen heilig. Ihr wisst, ich bin da ein bisschen pienzig. Immer schön vorsichtig. Ja, da ist sie. Nummer 6, 7, glaube ich. Ich muss mal wieder ein Familienbild machen mit meinen Borulinas. Und die sind echt alle prall gefüllt. Ey, was ich da immer anstelle, man weiß es halt auch nicht, gell? So, dann, was wollte ich noch? Ich muss mich mal kurz sattieren. Ja, ähm, was darüber. Wir waren zwischendrin auch mal in der Bröllmeise. Das ist so der Place to be in Pfaffenhofen. Haben wir uns mal live angeguckt. War auch total witzig. Ich hab dann gleich, ähm, von der Julia Maria Hegenbart, von der Frau Feinmotorik ein paar Modelle entdeckt. Das war auch total lustig. Ähm, ja, Gemme trifft sich halt immer wieder. Und wenn es nur in Designs ist. So, und da waren ganz viele nette Damen. Ähm, die da halt zu ihrem normalen Stricktreff sind. Und die auch, vielleicht auch einfach mal so vorbeigekommen sind. Man weiß es halt auch nicht. Ich frag ja jetzt die Leute nicht, gell? Und ich habe was bekommen. Ein, quasi, ein kleines Gastgeschenk, weil ich in Pfaffenhofen bin. Das fand ich total süß. Und zwar hat die Heidi Wolle gefärbt. Ähm, bei Marco habt ihr es, glaube ich, schon gesehen. Ich hab so einen bekommen. Weil die Frau Micky doch auf grün steht. Und mit pink. Das ist total flauschig. Ähm, Heidis Hexenküche. Was steht da? Ähm, 25, äh, 25, 25? Auf keinen Fall. 75, 25. 420 Meter auf 100 Gramm. Schönes weiches Sockengarn. Moment, oh, guck mal. Da versteckt sich ja noch Weiß drin ein bisschen und so. Ich bin gespannt, ob der ringelt oder wildert. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall habe ich mich sehr, sehr gefreut. Also ich fand das sehr süß. Ähm, ihr müsst uns nicht immer was schenken, wenn wir irgendwie sind. Wir freuen uns natürlich tierisch. Absolut. Also das ist nicht so, dass wir uns nicht freuen, wenn wir Geschenke kriegen. Natürlich, wir sind wie kleine Kinder. Wir freuen uns prinzipiell über alles. Ähm, ihr müsst aber nicht. Gell, Leute? Aber trotzdem, ich freue mich. Ja, mein Strängelchen kommt mal beiseite. Ähm, bis ich mal dazu komme und dann einfach mal fröhlich ein Pärchen Socken anschlage. Danke, liebe Heidi. Da habe ich mich sehr gefreut. So, einmal weiter geht's. Und dann haben wir, ähm, ich habe zu Weihnachten, hier ist sie, ich habe zu Weihnachten meine erste, nein, nicht meine erste Wollmeise. Meine erste Wollmeise wäre gelungen. Ich bin nämlich tatsächlich Besitzer von zwei Meisen, die sich hier oben verstecken. Wo? Da. Moment. Hier. Ah, nee, die seht ihr nicht. Die sind außerhalb vom Bett. Also da oben wohnen zwei graue Meisen, die ich mir irgendwann mal gekauft habe. Und keiner weiß wofür. Werden wir mal schauen, werden wir mal sehen. Ähm, ja. Äh, ich habe die Decay gehabt. Und jetzt habe ich mein erstes Socken-Garten von der Meise bekommen. Ähm, das war ein Geschenk zu Weihnachten. Da habe ich nämlich schöne Päckchen bekommen von lieben Menschen. Ich möchte an der Stelle aber nicht sagen, von wem ich was bekommen habe, weil nicht das nachher heißt und rum und rum. Ähm, das ist so eine Sache unter uns, aber ich finde den Schrank so schön, den mag ich euch zeigen. Und zwar ist das ein Twin. 80, äh, Wolle, 20 Polier mit Harmonista. Ja, Nummer 65 heißt das. Und das Schätzchen sieht so aus. Und das ist schon ein bisschen sehr geil. Ich bin ein bisschen schwer verliebt. Guck mal. Hier so mit blau und lila und schwarz. Der sieht gestrickt, sieht ein bisschen fancy aus. Ah, ich habe grün gesehen. Freunde. Moment, die sind immer so bretthart gedreht. Liebe Meise, was ist das mit diesem harte Stränge-Drehen? Ich habe grün gefunden. Ruhig mich. Ähm, ja, den werde ich auf jeden Fall auch auf die Nadel nehmen. Also das ist ein, ähm, etwas anderes Socken-Garten, aber ich bin gespannt. Also ich habe es verstrickt schon angefasst und gefällt mir auch sehr gut. Ich muss mal gucken, wie ich damit klarkomme. Oh, hier ist noch mehr Grün. Und ich raste aus. Ähm, ich spiele Kinder wieder, gell? Darf man auch nicht allein lassen. Also ich habe, ich bin jetzt Besitzer von einem Twin, die mir sehr gut gefällt. So, einmal zack. Und dann, ähm, gab es noch ein Geschenk hier in den Pfaffenhofen. Und zwar ein Wollmeisen Roll. Die Wolle heißt Pure, also ist 100% Wolle. Und die Färbung nennt sich Holy Moly. Das sind 150 Gramm in so einem Roll. Zeige ich euch gleich. Und es läuft 350 Meter auf 100 Gramm und wird mit zwei, zweieinhalb verstrickt. Hä? Okay. Ach, wahrscheinlich damit sie nicht pillt. Muss man die ein bisschen kleiner stricken. Wenn wir rausfinden, werde ich euch berichten. Was, äh, was ist ein Roll? Das ist quasi, ähm, man würde es auch Sockblanket nennen. So, das ist einfach so ein gestrickter Schlauch, der gefärbt ist, ähm, und der dann einfach so einen superschönen Farbverlauf hat. Guck mal, hier auf der Seite sieht man es auch ganz rün. Na jetzt fokussier doch, sag mal. Freund. Hallo. Vielleicht muss ich mit meinem Gesicht da mal auch. Ach ja, es ist, da, da ist er, da ist er. Guck mal, ist der nicht hübsch? Ich finde den total cool. Ja, und das ist halt hier so ein, komm, ich zieh das mal raus. Uh. So sieht das dann aus. So. Geiler Schein. So, einmal wieder vorsichtig aufwickeln. Ähm, ich werde den wahrscheinlich direkt vom Blanket runterstricken. Also ich wickel sowas nicht vorher. Kinder, nix. So. Und den hab ich, oh, guck. Jo. Ach, schön war's, gell? Aber wie alles, äh, immer zu kurz. So. Auf jeden Fall sind der Marco und ich dann auch noch wieder gut nach Stuttgart zurückgekommen. Ähm. Und wir hatten noch gesagt gehabt, an dem Morgen sollte es ja eigentlich nicht mehr schneiden. Und nix. Wir haben gesagt, ah, tu, wir fahren vielleicht noch mal zehn Minuten früh los. Einfach nur, um sicher zu sein. Bei Marco hat er nämlich noch einen Zug, auf den er musste. Alles richtig gemacht. Auf dem Rückweg, ey, Freunde. Solche Flocken sind uns entgegengekommen. Also das war der Punkt, wo wir auch gesagt haben, mhm, wenn wir hier mal eine halbe Stunde später losgefahren wären, wäre das wahrscheinlich schon wieder ein Meter hoch gestandenes Zeug. Total cool. Hm. Auf jeden Fall sind wir gut angekommen und war auch alles recht. So. Was ist noch passiert? Ähm. Dann ist noch gewesen. Ähm. Moment. Was machen wir danach? Hochhobbler. Hier nehmen wir mal wieder die ganze Putz auseinander. So läuft der Lack, gell? So. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viele Neuzugänge, ähm, weil ich hab die letzte Zeit halt echt total wenig eingekauft, weil ich grad auch so ein bisschen am Stash-Reduzier bin. Also ihr seht, hier sind mal Löcher. Und hier ist oben ist ein Loch und so. Ne, seht ihr wieder nicht. Kameraeinstellung. Aber einer lag neulich mal im Wollcafé rum und der war so einsam und der musste dann mit. Und zwar musste ein Merino Decay Hedgehog mit. Ähm. In der Farbe Oracle. Und zu einer meiner liebsten Färbungen von Hedgehog. Habe ich auch in meinem So Faded Pulli mit verstrickt die Farbe. Allerdings als Single. Jetzt ist es ein Decay. Was ich draus machen, man weiß es nicht. Ich muss ihn haben. Schluss. Aus. Ähm. Vielleicht mal ne Mütze oder so. Ähm. 115 Gramm laufen 200 Meter, ist 100% Merino Wolle und ist Maschinen waschbar, was ich auch ganz witzig finde. Und der musste einfach mit. So. Dann habe ich mich anfixen lassen von einem gewissen Herren. Der heißt Strick mir was. Der geneigte Zuschauer weiß, dass wir ein klitzekleines Fable für Game of Thrones haben. Ah ja. Und dann hat er hervorhin und so. Ich dachte gerade, weißt du, da schüttelt jemand irgendwas wirklich sehr, sehr Großes Weißes im Fenster aus und ich dachte gerade, da fällt irgendwie ein Geist aus dem Fenster. Toll. Herzlich willkommen in der Innenstadt. Hier ist immer was aus. Zurück. Rock the Wool kennt ihr, ne? No. Das Baby hier heißt Weißer Wanderer. Ich sag nur, der Winter naht. Ich muss den da. Fertig aus Game of Thrones. Die Farben finde ich total cool. Das ist ein, guck mal hier, mit Blau, mit schwarzen Spaggots, mit schönem Blau. Also wirklich auch mit Sinn und Verstand finde ich total gut. Finde ich total harmonisch. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wolle sollte niemals alleine reisen. Auch darüber sind wir uns im Klaren. Und dann durfte noch der Lemon New mit. Den habe ich auch noch mitgenommen. Und das ist jetzt eben die Frage des Tages. Man weiß es halt noch nicht so ganz genau. Also den habe ich auch mitgenommen. Das ist hier auch, es sind beide 75,25. 400 Meter auf 100 Gramm. Ist super weich. Nennt sich Socks Luxury. Ist auch total weich. Also ich würde mir den auch um den Hals hängen. Das ist überhaupt nicht das Ding. Finde ich total süß. Und dann ist noch ein Schatz mitgereist. Daniela, du kennst mich, ne? Und zwar ein Merino Single durfte mit. In einer untypischen Lauflänge für ein Merino Single. Merino Singles laufen ja im Schnitt 360 oder 366 Meter auf 100 Gramm. Dieser hier läuft 400 auf 100 Gramm. Das Färbchen schimpft sich wirsing. Und ihr kommt im Leben nicht drauf, wessen Farbe das ist. Aber total cool. Er ist auch total weich. Ist auch nicht so... Ich zeige euch mal den Unterschied. Warte mal. Sekunde. Wo ist er? Hier. Komm, ich ziehe mal den ersten, ohne dass ich mich selber damit erschlage. Ähm, klassischerweise sehen die so aus. Seht ihr das? Warte mal. So. Und jetzt zeige ich euch mal den daneben. Und seht ihr, dass der nicht... Dass der ein bisschen weniger verzwirnt. Also, ihr wisst, was ich meine, ne? So vom Bild allein. Was total witzig ist, weil der hier läuft kürzer als der hier. Und der sieht aber viel, viel pluschiger aus. Guck mal, jetzt hier könnt ihr nochmal sehen, den direkten Unterschied. So vom Faden hier zu Faden da. Finde ich total spannend. Werde hier auch auf jeden Fall verkloppen. Ähm, habe ich mich sehr gefreut. Warte mal, ich tue den mal da drüben hin. Gell, ich muss nachher eh wieder hier aufräumen. Ihr seht schon wieder aus. Leute. Und. Freuen mich total. Die Dani wird nämlich auch beim Westerwälder Wollfest sein. Und da freue ich mich sehr. Das wird ein Spaß. Da wird ein Herr Fischhornig auch umhüpfen. Oh, ist das jetzt einfach angesagt? Ähm, ja. Also, meine drei Schätzchen. Haben mich sehr gefreut. Toll, toll, toll. So. Und dann. Was war dann los? Okay, die zwei können weg. Den hier brauche ich noch. So, was ist dann, was danach geschah? Ähm, letzte Woche habe ich mich recht spontan mit dem Thorsten getroffen und mit seinem Mann, dem Daniel und durfte die wunderbare Mutter von Dani kennenlernen. Die ist nämlich gerade zu Gast, ähm, hier in Deutschland. Ähm, wer mehr über, drüber wissen möchte, wie, wo, was, der geht mal beim Thorsten gucken, da erzählt er nämlich vieles drüber. Ähm, auf jeden Fall haben sie ein bisschen Kultur gemacht und sind nach Heidelberg. Bisschen Schloss gucken und dann möchte der Thorsten sagen, ist das nicht bei dir um die Ecke? Also, jein. Also, ja, nein, wie auch immer, wurscht, ich komme. Und dann bin ich also nach Heidelberg gedullert und hab mich da mit der ganzen Sippe getroffen. Und ich hatte unwahrscheinlich viel Spaß. Ähm, also wir haben eine Schlossrundführung gemacht, das war total cool. Wir wollten dann so noch ein bisschen auf dem Schlösschen gucken und haben uns dann hinterher noch ein bisschen zum Stricken wegverzogen. Dani und seine Mom haben noch ein bisschen Zeit ziehen in der Stadt gemacht. Wir wollten einfach noch ein bisschen nadeln und uns ein bisschen unterhalten und machen und tun. Und, ich bin auch ein bisschen begeistert. Ähm, und zwar wie folgt, ich bin ja ein großer, großer Fan des Leinemagazins. Ausgabe Nummer 7, sprechen wir gleich drüber. Ähm, und der Thorsten wollte auch eine. Er hat gesagt, komm, ich kümmere mich drum, da wo ich meine herhabe im Wollcafé, da gibt es bestimmt noch eine, ich kümmere mich mal. So, und dann haben wir getauscht, wir haben ein Tauschgeschäft gemacht. Der Tooth war nämlich in Amsterdam. Und da hat er was mitgebracht. Und hat er das auch auf Instagram gezeigt. Und dann hat hier jemand sehr, sehr wild gejuchzt. Und dann haben wir einfach getauscht. Zeitung gegen Wolle. Ich raste aus, ich raste aus, ich raste vollständig aus. Ähm, der Spaß hier ist von Undercover Otter. Und das ist eine Brand, ähm, aus Amsterdam. Also das Garten, ähm, wird in Amsterdam verkauft. Gibt es auch bei Steven & Penelope. Ähm, die verkaufen das. Das ist ein 80,20. Meine Lieblingsmische, wissen wir. 100 Gramm, 400 Meter Superwash. So, und die Farbe heißt, äh, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Wurscht. Und das ist hier die Squirm Sock. Die Farbe, ich raste aus. Ist das geil. Guck mal, hier grün mit roten Spickels. Ich kann nicht mehr, liebe Leute. Jo. Da haben wir getauscht und ich freue mich. Ja, auf jeden Fall hatten wir einen super, super coolen Tag. Ähm, hat total viel Spaß gemacht. War total witzig. Ja, und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. So, und jetzt habe ich die Qual der Wahl. Das Fräulein hat ja nämlich immer noch nicht davon abgelassen. Ich möchte mir auf jeden Fall einen Slice of Light stricken. So. Ähm, und zwar. Ha, ich weiß was. Ich stelle euch jetzt eine Frage, ihr beantwortet die und dafür könnt ihr gleich was gewinnen. Das verkoppeln wir erst mal danach. Mein Mohair habe ich. Und das ist von Ito, die Sensei in der Farbe Lime. Komm, Überraschung, es ist grün. Na, warte, ich muss mal gucken, was der Linse. Ach, hör mal. Kennt ihr, glaube ich, auch schon alle. Habe ich auch schon mehrfach in anderen Dingen verstrickt. Jetzt ist nur die Frage. Der nicht, der ist zu dunkel. Es gibt drei Stränge. Also es wird auf jeden Fall noch ein Grau dazu kommen. Mein Slice of Light wird grau. Ähm, mit grün. So, und jetzt ist die Frage. Pass mal, acht. So. Der hier ist gesetzt. Nehme ich den Undercover Otter? Nehme ich dieses Giftgrün von der Westerwälder Wollschmiede? Oder nehme ich den Lemon Neo von Rock the Wool? So. Einer von den dreien wird es. Ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, was eure Wahl wäre. Zu dem Ganzen. Ja. Ähm. Ihr schreibt mir das da bitte rein. Und dann könnt ihr nämlich was gewinnen. Äh. Und zwar. Lange, lange ist es her. Da war die Mutti im November mal auf einem Event. Das nennt sich Jan Camp. Und dieses Jan Camp hat ein paar von uns ein paar Goodie Bags mitgegeben. Und die haben ja schon ganz viele verlost. Und nachdem aber so viele im Umlauf waren, also das ist jetzt auch keine Ausrede. Ich wollte die nicht gleichzeitig mit allen anderen verlosen, weil ich gedacht habe, komm. Von Jan Camp zu Jan Camp so ein ganzes Jahr ist schon ziemlich hart und lang. Und ich weiß, dass die erste Ticketwelle jetzt durch ist. Und dass einige von euch ein bisschen traurig sind, weil sie keine Tickets bekommen haben. Und deshalb habe ich was mitgebracht. Und wisst ihr was? Weil die Micky ja so groß ist und so viel tragen kann, habe ich euch zwei mitgebracht. Ist das cool oder ist das cool? Ähm. Ich habe zwei Goodie Bags mitgebracht, die prall gefüllt sind. Ähm. Die allerdings, das haben alle anderen von mir auch schon gesagt, ich betone es an der Stelle aber auch nochmal. Ihr werdet Bilder gesehen haben. Noch und nöcher Videos und sonst was zum Thema Jan Camp. Nicht jede Bag ist gleich bestückt. Das heißt, da kann mal mehr drin sein, mal weniger drin sein. Ich habe die beide ausgeräumt vor ein paar Tagen und habe die gleich bestückt. Also, dass die vom Inhalt her so ziemlich ähnlich oder gleich sind, gleich viele Dinge drin sind. Ähm. Ich zeige euch nicht, was drin ist, weil sonst heißt nachher, nee und das und das. Ihr kriegt, was ihr kriegt. Das ist dann auch so. So. Ähm. Genau. Das. Diese beiden Goodie Bags. So. Ihr seht aber, dass die sehr, sehr schwer sind und dass die total prall gefüllt sind. Deswegen, ihr liebreizenden Menschlein, möchte ich mich dieses Mal auf Teilnahmen in Deutschland beschränken. Weil das wird in Deutschland schon verdammt teuer, die Dinger zu verschicken. Ähm. Und außerhalb ist eigentlich fast schon nicht machbar. Deswegen möchte ich mich sehr, sehr gerne auf das Thema Deutschland beschränken. Und was müsst ihr machen? So. Ihr kommentiert mir bitte unten in die Kommentare, welche dieser drei Geschichten denn da in Frage kommen. Komm, ich zeige euch nochmal. Na. Ist es die Westerwälder Wollschmiede? Ist es der Undercover-Order mit den roten Specks? Oder der Lemon Neo von Rock the Wool? Welcher der drei Hasen darf in meinen Slice of Light? So. Ihr kommentiert mir das bitte unten. Ähm. Da ich nicht weiß, wann ich dieses Video hochgeladen bekomme. Ähm. Weil die Technik hat bei mir, ihr wisst, gerne auch mal zickt. Machen wir das relativ einfach. Ich schreibe euch unten in der Infobox hin, wie lange dieses Gewinnspiel läuft. Ne. Weil das kann ich dann machen, also ich werde es wahrscheinlich so eine Woche, zwei laufen lassen. Ähm. Und dann auslosen. Und dann gut. So. Dieses Telefon macht mich wahnsinnig im Hintergrund. Ähm. Ähm. Genau. Ich schreibe euch das in die Infobox, wie lange das läuft, weil ich einfach nicht weiß, wann dieses Video online kommt. So. Ihr kommentiert mir. Ich lose aus. Ich schreibe euch an. Ähm. Oder beziehungsweise ich werde es dann verkünden irgendwie irgendwo. Ähm. Da werden wir schon eine Lösung finden. Und dann schickt mir bitte eure Adresse. Ich schicke euch das zu. Und dann dürfen die zwei Hasen auf die Reise gehen. So. Dann. Apropos Reise. Äh. Das will ich vielleicht auch nochmal dazu gesagt haben. Ne. Zwei Sachen zeige ich euch noch. Und dann geht's aber los. Ähm. Ich habe hier noch einige Bücher liegen, die ich gerne rezensieren möchte. Das würde heute aber ein Rahmen sprengen. Das packen wir ins nächste Video. Es sei so viel gesagt. Es geht um diese zwei Bücher. Da sprechen wir aber nächstes Mal drüber. Gestrickt am Stück. Und äh. Colorblocking. Japanische Schnitte. Da sprechen wir nächstes Mal drüber. So. Ich habe noch was eingekauft. Das kleine Magatin. Kennt ihr? Gell? Kennt ihr? Das wird das Video des Todes. Aber hey. Wer hat einen Monat der lang nix? Ihr müsst durch. Das wird ein bisschen länger. Das kleine Magatin. Nummer sieben ist da. Und ich mag das. Ihr wisst, dass ich es mag. Ich habe es schon 122 Mal gesagt. Und ich finde es cool, dass da alles mit bei ist. Dass da was Großes Gestricktes drin ist. Was Kleines Gestricktes mit drin ist. Und dass da auch mal ein Rezept drin ist. Dass da einfach. Wisst ihr? Ich finde halt auch einfach die Bilder schön. Komm, machen wir uns nix vor. Die sind doch einfach zauberhaft. Das ist einfach so ein schönes Gesamtpaket, was ich super gerne durchgucke. So. Was ist dieses Mal drin? Schokoladenpflaumenkuchen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt Hunger. Genau. Das habe ich mir besorgt. Das ist auch total schön. Die Nancy Marschante ist drin. Der Steffen West ist drin. Alle haben sie mitgerührt. Juhu. So. Mehr brauchen wir über das Thema Leine auch nicht sagen. Guckt rein. Wenn es euch gefällt, besorgt es euch. Ich muss es mir auch noch mal in Ruhe angucken. Ich habe es jetzt erst seit zwei, drei Tagen und deshalb. Was ich aber total süß finde. Gestrickt habe ich daraus noch nichts. Ein paar Sachen. Und zwar jetzt kommt ja wieder Frühjahrszeit. Und ganz viele Nachrichten. Hat die Mordi nicht aufgepasst. Und zwar. Guck mal. Ist das nicht putzig? Gestrickte Liebe für die Kleinsten. Und da sind so süße Sachen drin. Das ist ein Anleitungsbuch von Langjans. Was man gar nicht meinen würde bei der Aufmachung. Aber Langjans hat eigentlich so ein bisschen andere Aufmachung. Finde ich aber total süß. Und guckt. Seht ihr das? Voll putzig, oder? Und da hat noch so andere Kokolores wie, keine Ahnung. Ach Gott. Wie nett. Guckt euch mal die Scheiße an. Ist das nicht goldig? Guck mal der kleine Keks da. Hier so mit Socken und Body und so. Finde ich total witzig. Weil es nämlich alles am Stück gestrickt. Hier nichts mit Nähen und Kokolores. Das heißt, es ist ja schnell mal runtergeklopft. Das heißt, mein schönes Geschenkchen. Also ich finde es total niedlich. Und ich kann dieses Ding echt nur empfehlen. Preis finde ich... Ja, was heißt, habe ich? Es sind... Ich weiß gar nicht, wie viele Modelle drin sind. Warte mal, steht das irgendwo? Muss mal schauen. La, la, la. Hier und da. Äh, ja. Das ist, ähm... Von Neugeboren bis zwei Jahre alt, die Größen, die drin sind. Weil ich finde auch für Neugeborene gibt es immer so wenig schöne Sachen. Also es ist immer relativ gleich. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Oh! Okay, es sind 13 Anleitungen drin. Ich habe über den Preis nichts gesagt. Kriegt ihr hier für 16,95. Ist aber total putzig. Also finde ich super süß. Wäre gerne hier mal so Babykram strickt und so. Ja, ne? Kann ich nur empfehlen. Ist toll. Ich kann euch die... Also ich kann euch das unten auch in der Infobox verlinken mit der ISBN und Co. Obacht, die Links, die ich auch dieses Mal verwende, sind Amazon Affiliate Links. Das heißt, für euch ist das keine Mark teurer. Ich kriege unterm Strich ein Kaugummi und einen Apfel. Dafür, dass ich das da schon drauf verlinke. Vielleicht, wenn nicht, dann auch nicht. Ihr könnt das natürlich auch gerne mit dem Buchhändler eures Vertrauens bestellen. Oder beim Wollladen eures Vertrauens. So, dann gibt es eine Publikation. Die ist erschienen. Die könnt ihr auch erwerben. Allerdings nicht überall. Das ist eine tolle Zeitschrift und die nennt sich Maschenstyle. Die Maschenstyle ist die Hauszeitung quasi von der Firma Schöller & Stahl. Den sogenannten Schöllis. Warum eskalieren meine Nachbarn jetzt im Flur? Leute, so nicht. Entschuldigung, stimm ich nämlich sonst gar nicht wieder weg. Ja, das ist die Hauszeitung der Firma Schöller & Stahl. Also meinen als geliebten Schöllis aus dem Schwabenland. Und da habe ich mich sehr gefreut, als wir uns da... So ein Magazin hat immer ein bisschen Vorlauf. Als ich letztes Jahr die Anfrage bekommen habe, ob ich nicht den Auftakt machen möchte. Und zwar gibt es eine neue Rubrik. Eine winzig kleine, aber eine coole, finde ich. In dieser Maschenzeitung und die schimpft sich Social Media. Und da werden jetzt nach und nach mal so Social Media Menschlein vorgestellt. Und Instagram, YouTube, was es da nicht so alles gibt. Blogs, Weblogs und und und. Es ist winzig und ich feiere es total hart. Ich bin hinter Zeit. Bin schon zwölf Mal ausgerastet und ich könnte noch so ungefähr 720 Mal ausgerasten. Finde ich voll gut. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, das ist einfach so. Ich wollte es einfach nochmal erzählt haben. Das hat für euch überhaupt gar keinen Mehrwert, weil ihr kennt mich. Weil sonst würdet ihr das hier jetzt nicht gucken. Das ist mir wirklich froh. Ich freue mich einfach, gell? So. Und ansonsten. Genau. Jetzt haben wir noch eine Sache. Ich zeige euch etwas, was ich total gut finde und was mir echt hilft. Ich hatte ja letztes Jahr schon diesen Stricken 2019 Wochenplaner bekommen vom EMF Verlag. Ich muss ja nochmal gucken. Ich bin doch immer so ignorant. Ja. Da kannst du halt Projekte pflegen. Da kannst du deine Termine reinschreiben. Da habe ich Terminchen drin, wann ich meine Abgaben habe für diverse Teststricks. Ich habe da drin, wann ich wo rumtouren werde und Co. Und es macht halt einfach Spaß. Du kannst dir da halt ganz, ganz viele tolle Dinge irgendwie aufschreiben. Und du hast ja nicht irgendwie zwölf Kalender. Ja, einen für Privat und einen für Stricken und das und das. Und dann packst du da alles rein. Und das finde ich ganz gut. So. Und wo ich den gerade offen habe, sehe ich gerade noch. Genau. Das wollte ich euch nämlich auch noch zeigen. Aber nur ganz kurz. Weil eigentlich ist es noch geheim. Aber am Ende des Videos sieht es keiner. Ich habe einen Test auf der Nadel. Moment, Moment, Moment. Ich will das mal aufklappen. So. Ja, das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Gab, ich stricke Runden gerne auf relativ kurzen Seilen, damit ich nicht so viel schieben will. Ihr seht diese klitzekleine Runde, durch die jetzt momentan nicht mal mein Kopf passen würde. Da hängt ein ganzer Pulli dran. Ein Körper, der aber nachher passt, wenn ich ihn von dieser kurzen Nadel nehme. Den Pulli darf ich euch noch nicht zeigen. Ich zeige euch aber mal, wie die Wolle verstrickt aussieht. Die hätte ich auf Instagram gezeigt. Die hat die Franziska Matz gefärbt mit Pflanzenfarben. Und ich finde das so faszinierend, wenn du mit Pflanzen sowas färben kannst. Also bei normal klassisch gefärbten Dingen denke ich mir immer so, okay, dann hat die halt Pulver. Dann tut ihr das halt irgendwie drauf. Wie, weiß ich nicht. Ist mir auch wurscht. Ist ja nicht mein Job. Ich muss es halt gut finden oder nicht. Aber wie die das mit Pflanzenfarben machen, dann zieht sich immer die Gänze. Aber ist das nicht schön? Ich finde das total cool. Mir gefällt das so dermaßen. Das hat sowas. Ich sage immer die ganze Zeit, das ist für mich so ein Zwitter aus Leopard und Zebra. Guck mal. Ist das cool? Aber mir zeige ich euch noch nicht. Vielleicht ist bis zum nächsten Video fertig. Muss ich mal gucken. Genau. So, und dann wollte ich noch über was sprechen. Und zwar habe ich vorhin erwähnt gehabt. Jetzt wird es, nee, off-topic wird es nicht wirklich. Aber, also wer jetzt keinen Bock mehr hat, Tschüss, war schön mit euch. Es kommt jetzt nichts Gekauftes und Gemachtes mehr. Es kommt nur noch eins. Die kurze Ankündigung, wo ich mich sonst so rumtreibe. Habt ihr auch schon auf Social Media gesehen. Die Mutti fährt wieder in Schwarzwald. Und zwar gibt es ein Blogger-Event. Teil 2 war der Firma Schachenmeier. Oder beziehungsweise Metz. Die feiern. Und zwar Geburtstag. Die Regia wird 70. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Die Regia wird 70. Genau. Und die Catania wird 30. Das ist dieses Baumwoll-Häkel-Garn, was quasi die Amigurumi-Fans und auch viele andere sehr gerne nutzen. Und da wird es, wie dieses erste Blogger-Treffen, über das ich auch schon berichtet hatte, wird es einen Teil 2 geben. Und da fahre ich hin. Das ist am 9. März. Das wird in Herbolsheim stattfinden. Ich weiß mittlerweile auch schon von vielen, die kommen. Ich weiß, dass der Frickel-Cast kommt. Ich weiß, dass der Kümmer kommt. Auf den freue ich mich total, dass ich den auch endlich mal live sehe. Nicht immer nur hier, wie so virtuell. Der Kümmer kommt. Ich weiß, dass Bommeli kommt. Und ich weiß, dass die Lilientinte kommt. Und ich weiß, dass wer noch kommt. Und jetzt sage ich nichts mehr dazu, weil ich weiß, dass es manche noch nicht verlautbart haben, dass sie erscheinen werden. Von denen ich aber weiß, dass sie kommen. Deswegen möchte ich da nicht vorgreifen. Aber guckt doch einfach mal unter dem Hashtag. Also wenn ihr wissen wollt, wer kommt und wer es schon verlautbart hat, könnt ihr gucken unter Regia Birthday Bash. Also ich kann euch den Link auch unten reinsetzen. Oder ihr guckt bei mir auf meinem Instagram-Feed und springt darüber ab und könnt mal so ein bisschen luschern. Ich freue mich tierisch drauf. Ich freue mich drauf, die Leute wieder zu treffen. Ich freue mich, ganz viele neue Dinge zu sehen, über die ich euch dann wieder was erzählen kann. Und ich freue mich einfach auf die Zusammenarbeit. Das ist was, das ist mir sehr wichtig. Ich habe nämlich in der letzten Zeit des Öfteren gehört, also mal geht es eigentlich noch und tralala und nur noch, nur noch. Nee, nix, nur noch. Ich arbeite einfach mit den Dingen, die mir Spaß machen. So. Und momentan ist es so, dass ich wirklich viele Testtricks habe und die eben auch von Designern sind, die eben auch mit bestimmten Labels zusammenarbeiten. Ja. Das würde ich nicht tun und ich würde da auch nicht teststricken, wenn mir das nicht gefallen würde, das Gesamtpaket. Das gefällt mir aber, weil es ist bezahlbar, es tut, was es soll, es hat eine ordentliche Qualität, es ist ganz wunderbar. Es werden auch wieder andere Hersteller kommen und jetzt kommt auch das Frühjahr und ihr wisst, ich stricke im Frühjahr und im Sommer ja deutlich mehr als im Herbst, Winter, warum auch immer das bei mir so ist. Es ist einfach so, es werden auch wieder mehr Handfärber kommen, es werden auch andere Firmen kommen. Ich werde sicherlich auch mal wieder Wolle einkaufen gehen, ja. Das sind lauter solche Geschichten, aber momentan arbeite ich da zusammen und das finde ich auch gut so. Und wem das nicht gefällt, es tut mir leid, aber ich würde euch um... Ja, wobei, wer das jetzt hier bis jetzt guckt, dem muss ich es nicht erzählen, oder? Nee, aber prinzipiell liegt mir da irgendwie dran, doch das möchte ich jetzt dann doch nochmal loswerden. Das ist eine relativ einfache Kiste, deswegen war es auch hier eine Weile etwas sehr ruhig. Ich finde, jetzt das ganze Backgroundverhalten, social media technisch momentan, auf gut Deutsch. Mal so ein bisschen zum Kotzen. Ich finde die Art, wie miteinander umgegangen wird, nicht schön. Dass wir nicht alle eine riesengroße Familie sind und dass sich nicht jeder liebhaben kann und muss, das ist völlig okay, das erschließt sich uns auch allen. Ja, wir tun auch gar nicht erst so. Es gibt Menschen, mit denen läuft es wunderbar und die liegen mir ganz, ganz, ganz arg am Herzen und es gibt Menschen, die sind wirklich tagtäglicher Bestandteil meines Lebens und da bin ich froh drüber und da freue ich mich drüber. Und das möchte ich so auch nicht missen. Die ganzen Klappis, die Klappis sind wirklich meine Freunde, mit denen lache ich, mit denen weine ich, wir haben uns nicht gesucht und trotzdem gefunden, es ist so. Ja, dann gibt es andere Kollegen, mit denen arbeitet man einfach sehr, sehr gerne zusammen und die sind ja auch schon so, da ist eine Art Freundschaft mittlerweile schon entstanden und die mag man einfach und die erwähnt man dann auch gerne öfter mal. Ja, weil man es einfach gut findet, was sie tun und wie sie es tun und weil wir nun mal viel miteinander zu tun haben. Ja, aber Fakt ist auch, dass ich auf meinen Social Media Kanälen wahrscheinlich die Menschen häufiger erwähne, mit denen ich einfach viel Social Media-seitig zu tun habe, macht auch deutlich mehr Sinn, als wenn ich euch jetzt auf meinen Plattformen erzählen würde, was ich mit anderen Menschen so am Wickel habe, mit denen ihr nichts anfangen könnt, weil ihr die nicht kennt, weil die nicht auf Social Media sind und weil die da auch nicht sein wollen und das auch in Ordnung ist. Es muss nicht jeder überall sein, ja, das, jeder wie er mag. Aber es sind halt eine Handvoll Menschen, mit denen habe ich sehr, sehr viel zu tun und mit denen habe ich auch sehr, sehr gerne viel zu tun. Es gibt Hersteller, mit denen arbeite ich super gerne zusammen. Es gibt Hersteller, mit denen würde ich auf gar keinen Fall zusammenarbeiten wollen, weil ich es einfach nicht gut heiße, deren Firmenpolitik oder wie oder was oder sonst wo, mit denen arbeite ich einfach nicht zusammen. Das ist auch relativ einfach. Über die muss ich auch nicht herfallen. Ja, weil ich denke mir dann auch, nee, nur weil es mir nicht zusagt, muss es nicht heißen, dass es jemand anders nicht zusagt. Das ist genauso, wie ich sage, hier, wenn ich begeistert bin jetzt von der Wolle, mir gefällt die super gut und jemand sagt, nö, die finde ich nicht so gut. Gut, du darfst die auch nicht gut finden. Was ich mir aber ganz, ganz arg wünschen würde, ist ein schönes Miteinander. Weil das hat die letzten Wochen tatsächlich ein bisschen überhand genommen und das hat nicht nur mich getroffen, das hat noch ein paar andere getroffen. Es gibt eine Debatte, auf die möchte ich gar nicht eingehen. Die ist ausdebattiert worden, noch und nöcher, da muss ich nicht auch noch meinen Senf zugeben. Ich möchte aber meinen Senf zu dem Thema dazugeben, was im Hintergrund noch passierte. Es gibt verschiedene Lager und ist mir auch egal, damit kann ich auch leben, es ist wie überall im Leben. Womit ich nicht zurechtkomme, ist, wenn jemand aus, wenn jemand meint, ich würde einem Lager angehören und derjenige, der auf mich zukommt, gehört eben einem anderen Lager an, was auch schon total hanebüchen ist. Aber wenn ich teilweise drohende E-Mails bekomme, wenn ich wirklich auch Nachrichten bekomme, Leute, die unter aller Sau sind, also wirklich auch Schimpfwörter, wenn das auch Beleidigungen sind, wenn das Drohungen sind und, und, und. Das Internet ist ganz, ganz groß und das ist ein Riesenraum. Deswegen ist der nicht rechtsfrei, Freunde. Ich weiß oder ich bin momentan gerade dran und lasse auch zwei Personen, die mir extrem und auch auf meine Bitte hin, sich bitte etwas zu mäßigen, noch querer kamen und so ausfallend wurden und mir so gedroht haben, dass ich meine Konsequenzen rausgezogen habe und das Ganze jetzt versuche nachvollziehen zu lassen und dann auch entsprechende Schritte einzuleiten. Ihr könnt nicht echt alles heißen und man muss auch einiges abkönnen in dieser Szene und wir machen das alles freiwillig, wir tun hier auch freiwillig rum, das ist überhaupt kein Thema und wir wissen, dass wir öfter mal Dinge gesagt bekommen, die wir total Käse finden, wenn das aber wirklich Drohungen sind, Freunde, das ist nicht hübsch. Das lassen wir bitte, gell? Weil sonst wehrt die Mutti sich und wenn die anfängt zu fauchen, dann wird es bitter. Ja, und das ist mir halt super schwer gefallen die letzten Wochen aus. Ich habe vor zwei Wochen schon mal den Versuch gestartet, hier was aufzunehmen, habe es dann aber wieder gelassen, weil ich irgendwie nach vier Minuten explodiert bin und dann gedacht habe, nee, das bringt nichts, weil ich möchte dem in meinem Leben auch gar nicht so viel Raum einräumen und nicht genauso ausfallend werden, wie die mir gegenüber sind, weil, ne, dass es nicht gleich ist mit gleichem Vergelten, das macht man nicht. Er hat mich halt persönlich ein bisschen arg getroffen, kann ich auch dazu sagen, ich bin stellenweise auch schon abends wirklich heulend in der Küche gestanden, weil es mir einfach zu nahe ging und weil es einfach viel zu viel war an einem Tag wo ich mir echt gedacht habe, sag mal, Leute, es geht um ein bisschen stricken, ja, und wir sind hier auch nicht bei Jugend trainiert für Olympia und ich musste ein bisschen mitweinen, weil ich nachvollziehen kann, was auch und ihr wisst jetzt auch, wen ich meine, in seinem letzten Video erzählt hat, dass dieser ganze Druck, der kommt, ein bisschen viel ist, dass dieses immer schneller, immer härter, immer besser, immer mehr und mehr und mehr möchte ich einfach nicht, ich möchte diesen Spaß nicht verlieren beim Stricken, dass ich wahrscheinlich immer zwei Schritte schneller vom Pensum her sein werde wie jemand anders, weil ich einfach viele Teststricks auch annehme, was ja auch meine Entscheidung ist, aber, weil ich dann halt auch fertig werden muss, klar, aber ich möchte mir nicht den Rest des Spaßes, den ich dran habe, verderben lassen durch irgendwelche bösartigen Äußerungen von irgendwelchen Menschen, Leute, das geht gar nicht und denkt immer dran, so wie es in den Wald reinschreit, kommt es gerne auch mal zurück, ihr wollt auch nicht so angepöbelt werden, also macht es einfach nicht. Ich fand es auch ein bisschen schade, auch sterbenweise ein paar Nachrichten, die ich bekommen habe zum Thema KDW, nicht along, also kleine Designer-Weltherrschaften, nicht along, ja, und das ist eine Art von Diskriminierung, wenn ich aufrufe, nur noch deutsche Designer zu stricken, nein, ich habe nicht gesagt, wir stricken nur deutsche Designer und ja, ich habe im Anschluss daran, als ich gesagt habe, ja, ich wäre dafür, wenn wir kleineren Indie-Designern mehr Raum einräumen, anschließend auch eine Publikation gezeigt, das war das Leine damals, das ist die Nummer 6, ich stricke ja nicht nur deutsche Designer und ich sage ja nicht, dass ich nicht auch was anderes mal stricken werde, aber ich habe dazu aufgerufen, ja, einfach mal im eigenen Umfeld zu gucken, ob es nicht da was Ansprechendes gibt und ob man da nicht irgendwas supporten kann, ja, habe ich, aber ich finde dieses mittlerweile schwarz und weiß Denken, das ist so, die Welt ist nicht schwarz und weiß, Leute, ist sie nicht, ja, die ist mal schön, mal nicht schön, mal lustig, mal nicht lustig, ich finde das ganz gut, jener findet das ganz gut, ja, also wenn ich zum Beispiel gucke, weiß ich nicht, jetzt nehmt es mal nur, von mir ist die Frau Nadel geklappert, die fällt mir jetzt halt gerade ein, die steht total auf Pink und Bärentöne und solche Geschichten, ist gar nicht meins, ja, dafür habe ich hier irgendwelche Augenkrebs, neongrünen Dinge liegen, und juchze am laufenden Meter, das muss sie auch nicht gut finden, deswegen sage ich aber auch nicht, oh Mensch, Steffi, was hast du denn da, also, oh bitte nicht, mach ich nicht, ja, weil das für sie ihre Farben sind, die ihr super gut stehen, ich würde es nicht anziehen, aber andersrum würde sie wahrscheinlich mein grünes Geschrei nicht anziehen, leben und leben lassen, Freunde, man muss nicht immer nur Küsschen verteilen und Teddybärchen durch die Gegend werfen, aber wenn man nichts Freundliches zu sagen hat, bevor man einfach nur irgendwas Bösartiges in den Raum schreit, lass das einfach, das ist nicht schön, das ist einfach nicht schön, ich hatte auch ganz kurzfristig mit dem Gedanken gespielt gehabt, hier mal alles abzublasen, also wirklich alle meine Kanäle zu löschen, weil ich mir gedacht habe, warum tue ich mir das an, ja, also ich mache das hier nach wie vor aus gutem Willen und 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 ja, ich kriege mal den ein oder anderen gesponserten Artikel, machen wir uns nichts vor, dafür muss ich aber auch was tun, ja, also ich kriege das ja nicht und kann das dann nur angucken, dass hier tagtäglich die Pärchen kommen, so ist es auch nicht und hier kommt auch nicht exorbitant viel an, wie sich das manche vorstellen, nein, aber letzten Endes ist das hier nicht mein Hauptjob. Ich habe mich aber doch entschieden, alles so zu lassen, wie es ist und mir einfach diese kleine Auszeit zu gönnen und weil es da draußen noch so viele von euch gibt, die zuckersüß sind, die total viel Spaß machen, mit denen ich lachen kann, wo immer wieder ein sehr freundliches Gekabel vorherrscht, dass ich gesagt habe, nö, warum, also es macht ja offensichtlich ein paar von euch Spaß, sich das hier anzugucken, warum sollte ich euch das wegtun? Wem es keinen Spaß macht, der soll halt wegschalten, gell? So, und ich rege mich hier schon wieder auf und fahre mich hoch und kotze mich schon wieder aus. Ach, das war so eigentlich ein netter Plan, Leute, gell? Ähm, musste jetzt aber einfach mal, wisst ihr ja, die Miki ist eine Krawallschachtel. So, lange Rede gar keinen Sinn. Ich habe euch jetzt, ach, Kinders, das ist ja welcher Spielfilmlänge. Äh, ich hoffe, ihr habt durchgehalten, ich hoffe, ihr hattet irgendwie Spaß, ich hoffe, dieses absolute, äh, haja, schaltet mal ein bisschen los. Ich gelobe tatsächlich Besserung, also ich gelobe Besserung, was meinen, meinen, meinen Drehrhythmus angeht, dann werden wir hier auch wieder etwas mehr Rhythmus haben. Beim nächsten Mal erzähle ich euch dann ein bisschen was über die Bücher, die hier eingetrudelt sind, was ich bis dahin genäht habe, ähm, und, ähm, ich gucke mal, ob ich ein eigenes Video mache zum Thema Blogger-Treffen oder ob ich nicht einfach ein schönes, großes Follow-me-around mache und es dann rauslöse vom normalen Podcast. Das werden wir sehen, wie ich lustig bin, wie es funktioniert und wie Spaß macht. Auf jeden Fall möchte ich beim nächsten Mal die Frickler interviewen, weil unser erstes Interview ja tontechnisch totale Krütze war, also gar kein Ton. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall nachholen. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr lustig mitmacht beim Gewinnspiel, wenn ihr mich von meinen Taschen erlöst. Erlösen? Ja, ich finde die auch ein bisschen schön anzugucken. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt, ihr wisst, wo ihr mich erreicht. Wenn ihr Bock habt, lasst mir einen Daumen hoch da, ähm, wenn ihr keinen Bock habt, dann halt auch nicht. Wenn ihr was Nettes sagen wollt, dann sagt gerne was Nettes. Wenn nicht, dann ist auch okay. Ähm, ansonsten sehen wir uns in alter Frische dann wieder entweder hier oder auf Instagram oder auf, Facebook bin ich ein bisschen faul. Oder sonst irgendwo oder was oder wie. Ach ja, gell, reicht dann auch. So, schön, dass ihr wieder da wart. Ähm, war lustig und ich gehe mir jetzt eine Tasse Tee machen, räum hier mein Chaos auf, gehe dann wieder an die Nadeln, vielleicht auch an die Nähmaschine. Man weiß es nicht. In diesem Sinne, habt viel Spaß. Bis bald. Bis bald.